Wir ja oft von Deep Work sprechen, wo es tendenziell bei Deep Work darum geht, dass man wirklich keine einzige, egal wie kleine Ablenkung es auch sein mag, hat. Und dazu gehört, würde ich jetzt mal argumentieren, auch sich zu bewegen während der Arbeit. Also da geht es konkret darum, dass man sich wirklich mit hundertprozentigem Fokus nur auf eine bestimmte Task konzentrieren kann. Dazu muss man natürlich alles andere mal quasi abschalten. Das ist eine Sache und die andere Sache ist natürlich auch so ein bisschen diese Mindfulness, wo wir auch immer sagen, deswegen gibt es ein Tagebuch, deswegen braucht es ein Dankbarkeitstagebuch, dass ich weiß, wann ich Dinge abschließen kann. Das heißt, wenn meine Arbeit sozusagen vorbei ist, dann kann ich mich auf die Bewegung konzentrieren und dann macht es vielleicht mehr Sinn, dass ich meinen Hund schnappe, meine Familie schnappe und mit denen eben in die Stadt gehe oder in den Wald gehe oder generell Sport mache. Also ganz grob so als einfach als etwas separates von der Arbeit. Und das Interessante ist aber, wenn wir jetzt dieses One-on-One-Gespräch reinnehmen, dann hat das ja wieder eine Perspektive, die sich eben sehr gut abzeichnen lässt. Weil da geht es ja genau darum, dass man etwas aus diesem Alltagstrott rauskommt, wo man vielleicht, wie auch letzte Woche wir darüber gesprochen haben, ständig Besprechungen hat. Man sitzt vielleicht sogar nur vor dem Computer und hat irgendwie sechs Stunden lang Besprechungen. Ist ja so ein informelleres One-on-One-Gespräch, wo man vielleicht in die Stadt spazieren gehen kann. Das ist ja eine sehr schöne Sache, weil ich ein bisschen rauskomme. Das tut den Augen auch gut. Man sieht ja diese Distanz, die Tiefe. Das ist besser, als irgendwie die ganze Zeit vor einem Computer zu sitzen. Und man kann trotzdem locker das Gespräch führen. Das sehe ich durchaus als positiv. Aber wieso, und vielleicht hast du ja eine Idee, wieso man das so 180 Grad komplett verrückt in die andere Richtung drehen möchte, damit gleichzeitig auf einem Laufbahn stehen und Besprechungen machen, was da vielleicht der Gedanke dahinter sein könnte. Weil ich habe mir halt sehr schwer getan, zu verstehen, wo da die Gesundheitsperspektive ist, weil ich die auch nicht verstehe. Einfach nur, dass ich gehe, ist schon gut, aber das wird jetzt nicht helfen. Und nachdem wir auch jetzt über Meetings gesprochen haben, ich weiß nicht, wie gut ich da teilhaben kann an einem Meeting, wenn ich mich die ganze Zeit bewege, wo ich vielleicht entweder protokollieren muss oder vielleicht moderieren muss oder generell irgendwas beitragen muss zum Brainstorming. Da bin ich mir eher unsicher, dass mir das irgendwie dabei helfen würde.